Wir sind auf der Kart-Party 2, die Party von The Pocket Monster und wir brechen heute einen Pokémon-Karten-Weltrekord. Welcher das ist, wird jetzt hier gleich auf der Bühne revealed. Ich bin mal sehr gespannt. So, was denkt ihr denn, was der Weltrekord? Also, was werden wir heute brechen? Ich finde es echt schwierig. Also, ich habe mir auch gestern schon Gedanken gemacht, aber ich wüsste halt nicht, was man machen kann. Die meisten Leute, die gleichzeitig eine Karte zerreißen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Null. Ich habe auch gar keinen blassen Schimmer. Ich weiß wirklich nicht. Wir waren also komplett ahnungslos und warteten auf den großen Reveal auf der Bühne. Auf dieser hat Pat uns auch erstmal seinen übergroßen Binder namens Chat vorgestellt. Für alle, die Pat oder sein Giga-Binder-Chat nicht kennen, das wird auch sehr relevant für den Weltrekord. Die Pocket Monster, also Pat, ist einer der größten amerikanischen YouTuber und seine Challenges sind wirklich, wirklich legendär. Da versucht er nämlich meistens mit Timern ein komplettes Set voll zu machen oder er muss seine Karten verschenken. Und mit Chat hat er eben eine Challenge gemacht, in der er alle Pokémon in ein Binder packen musste, die jemals rausgekommen sind. Und das ist die Story halt in der Chat. Und dann kam etwas, was wir nicht erwartet haben. Und wir wollen versuchen, dass die meisten Leute ein Karten in einen Binder in acht Stunden platzieren. Der Weltrekord-Timer wurde gestartet und die ersten Kart-Party-Besuchter packten ihre Karten in diesen riesengroßen Binder. Wir wollten aber nicht nur eine langweilige Energiekarte reinpacken. Go big or go home ist ja sowieso einfach unser Motto. Es musste schon was richtig Cooles und Spezielles sein. Karin entschied sich für eine Blitzer-Karte, da es ihr Favorite-Pokémon natürlich ist. Aber diese Idee war doch nicht so simpel wie gedacht. Aber Leute, seht lieber selbst. Weißt du, was geil wäre? So eigentlich ein japanisches Display. Wir müssen eigentlich ein japanisches Display aufmachen. Da haben wir sie safe. Da haben wir sie safe. Da haben wir sie safe. Da stehen auch noch einige rum. Ich würde sagen, das ist die beste Chance. Ich muss auch noch... Ich habe noch nie das God-Pack gezogen. Vielleicht ziehen wir es ja heute. So Leute, rein da. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben gerade noch Sleeves bekommen. Ich glaube, Slim Rips hießen die. Der hat mir gerade erzählt, er hatte im Stream auch für jemanden einfach mal zwei God-Packs in einem Display bekommen. Also wenn wir das jetzt schaffen können, das wäre schon sehr, sehr crazy. Vielleicht schaffen wir das ja auch mal für euch auf Whatnot. Whatnot ist eine neue Streaming-Plattform, die den Hauptfokus auf dem Live-Auktionsformat gesetzt hat. Ihr habt da alles direkt in der App im Hochformat. Könnt ihr auch direkt mitbieten im Livestream oder die Sachen eben direkt über den Shop kaufen. Wir sind da vor allem vertreten mit den Live-Auktionen im Bereich Einzelkarten oder zum Beispiel auch Boxbreaks, wo wir sehr, sehr coole Sets öffnen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr coolen Marktplatz, wo wir auch einige Sachen für euch eingestellt haben. Und Leute, wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung anmeldet, hier im Video, bekommt ihr nochmal 15 Euro Startguthaben für eure ersten Auktionen oder Sofortkäufe. Lohnt sich also. Snackt euch die auf jeden Fall mit. 20 frische Packs von 1 zu 1. Wer hätte gedacht, dass 1 zu 1 mal so günstig wird. 55 Dollar. Ist wirklich crazy. Und ich würde einfach sagen, wir schauen mal, ob wir da was Schönes in den Binder reinpacken können oder halt natürlich auch in den Binder für den Versuch. Oh, jawoll. Wir starten schon mit dieser Samarbrayer. Sehr, sehr nice. Und Aquana. Getting close. Okay, okay. So, nächstes Booster. Wir haben... Ja, wir müssen natürlich... Oh, opala. Rosanna. Auch sehr schön. Let's go. Oh, direkt die Mewtwo noch hinterher, Alter. Ey, ich sag's dir. Ich glaube, und Knotenluft. Ey, ich sag's dir. Das Display. Boah. Also, wenn jetzt hier nicht wenigstens das Godpack rauskommt, let's go. Oh. Jo. Jawoll. Giovanni SIR. Ey. Man muss sagen, die SIR sieht man so selten. Und Leute, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, was wir hier rauskommen, ein paar News gibt. Aber das neue Team Rocket zählt. Ich hoffe, dass das wirklich kommt, ey. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Joltwörn ziehen, ne? So, die Flag... Ich liebe diese Flagmon-Karte einfach. Oh, oh, Bisa-San-Masterball, Alter. Das ist richtig krass. Yo. Ey, wir haben ein richtig gutes Display. Das ist wieder so typisch, ne? Wenn ich mir das Display nicht selber aussuche, dann kracht's aber richtig. So, komm. Oh, Pikachu. Reverse. Auch richtig stark. Und die Aerodactyl. Oh, Karin, es wird eng, ne? Es wird eng. Oh, jawoll. Glumanda. Auch noch. Alter, eine richtig starke Box. Eine richtig, richtig, richtig starke Box. Aber, ich sag's dir, wie es ist, Karin. Und wir haben nur noch vier Packs. Wir müssen aus den vier Packs noch eine Joltwörn rausziehen. Oh, Flamara, Aquana, beide schon gezogen. Oh, wie viele Holos gibt's da hier im Set? Nicht viele. Nicht viele. Also, eine ganze Box ohne. Das geht eigentlich nicht. Come on. Last Pack Magic. Was machen wir denn da jetzt? Ja, das war wohl nichts. Aber wir gaben natürlich nicht auf und suchten nach einer Alternative, die sogar noch besser war. Vertraut mir. Ich hab den Stand hier gestern schon gefunden. Und zwar sind hier richtig coole Vintage-Karten dabei. Unter anderem auch Shadowless-Karten. Und ich muss sagen, wir sind natürlich jetzt auch eine Mission. Wir müssen für dich noch eine Blitzer finden. Ich fänd's aber richtig cool, wenn wir hier einfach, comdatrandom, eine Shadowless-Holo reinpacken würden. Ich mein, wir werden hier unterschreiben. Aber ich find's eigentlich für den Moment ganz cool. Und ich mein, wenn wir schon nicht das Godpack gehittet haben, dann holen wir hier wenigstens, packen wir eine Shadowless hier rein. Und ich weiß nicht, ob das in dem Bein der Heber ist. Ich mein, guck mal, super viele Vintage-Karten, auch richtig, richtig stark. Aber, Karin, irgendwie, ne, wo ist die Joltion? Also, real talk. Ich meine, ganz ehrlich, ich mein, klar, 30 Dollar, 20 Dollar ist ein bisschen Geld. Aber ich finde eigentlich für den World Record, da muss man schon mal sagen, da muss man mal ein bisschen auffahren, oder? Komm, hier. Das Polyref nehmen wir. Mit dem Swirl auf dem Bauch. Dark Joltion würde ich aber auch fühlen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie es ist, ne? Wär cool, vor allem First Edition, Rocket, auch eine der coolsten Karten. Ich mein, ihr wisst ja, ey, wie gesagt, Rocket, ich brauche dieses Rocket-Set. Wir nehmen die, wir nehmen die, oder? Ich find die eigentlich am coolsten. Ja. Also, wenn wir die nicht nehmen, dann weiß ich eigentlich auch nicht. Oder? First Edition, dann haben wir Polyref und Dark Joltion für den Weltrekord. Besser geht's, glaub ich, nicht. Mit unseren Karten sind wir dann schnell zum Bein da, haben diese unterschrieben und reingesteckt. Und jetzt hieß es dann einfach nur noch warten und hoffen. für die Resultate. So, again, die Marked Beat war 1,500. Today, in Orlando, Florida, USA. Ich kann das jetzt auch nicht mehr ausprobieren. Heute haben Sie 1.700... Leute, wir haben es geschafft. Über 1.700 Besucher der Card Party haben zusammen diesen Beiner mit ihren individuellen Karten befüllt. Und wir waren an diesem Tag ein Teil davon. Wir sind nun Teil eines offiziellen Pokémon-Karten-Weltrekords. Und ich sage euch so wie es ist, das ist wirklich ein Ereignis gewesen, das wir so schnell nicht vergessen werden.